Wenn aus Liebe leben wird, trägt das Glück einen Namen. Mit diesen Worten verkündet Silvia Wollny wundervolle Neuigkeiten auf Instagram. Die Großfamilie bekommt wieder Nachwuchs. Auf ihrem Social Media Account postete Silvia ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem man vermeintlich erstmal nur ein Ultraschall eines Fötus erkennen kann. Wenige Stunden später kommt ein zweiter Beitrag, auf dem man zwei kleine gezeichnete Füße mit einem Herz darin sieht. Dazu schreibt Silvia Während einige Fans spekulieren, wer aus der Wollny-Familie denn nun ein Kind erwartet, fragen sich andere, ob zwei Frauen schwanger sind oder ob es Zwillinge werden. Einem User ist dabei etwas aufgefallen. Auf dem ersten Foto, das Silvia veröffentlichte, ist unter dem ersten Ultraschall-Foto noch ein zweites. Der Follower meint deswegen Eher Zwillinge sind ja auch zwei Ultraschall-Bilder auf dem Bild zu sehen. Man sieht, dass unter dem einen Bild noch eins liegt. Auch wenn auf dem Bild nur ein Fötus zu erkennen ist, muss das noch nichts heißen. Wir müssen uns also noch ein wenig gedulden und abwarten, was die Wollnys als nächstes verkünden. Bis zum nächsten Mal. Deskistle Under Exfeld Eher Über Subtitel Eher A